Deine Freunde sind keine üblen Typen. Vielleicht sollten wir ihnen ein paar Tage Bedenkzeit geben, hm? Nein. Lieber gleich killen. Ja. Okay. Du bist ein mieses Stück, Rotelli, hm? Und es freut mich, dich tot zu sehen. Es freut mich, dass du tot bist. Ich weiß nicht, dass du tot bist. Ja.